Herzlich Willkommen zu meinem Video hier auf meinem Kanal und heute ist eine Fußball-Challenge Wir sind schon gesagt, 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 wir sind schon gesagt... ...Ams Sportplatz, Opola Fail, extrem verfehlt und wir machen, also das Verein ist nicht umsonst da, wir stellen das jetzt da ins Tor und dann werden wir versuchen rein zu treffen und wer zuerst trifft hat gewonnen Genau so ist es, weil das ist ein bisschen schwierigere Challenge und bleibt auf jeden Fall dran bis zur Bestrafung Bei Dominik haben wir auch schon ein Video gedreht, schaut's auf jeden Fall vorbei, er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich würd dann sagen, let's go! Na auf jeden Fall kommen wir zum ersten Schuss, meine Freunde, und ich würd dann mal sagen, let's go! Der wäre optimal gewesen! Jetzt hashtag number two! Geht's um einen? Du verfehlst, du verfehlst! Digga, das war so knapp! Leute, ich will ja nicht pushen, aber ich hab nicht nur so fünf Jahre Fußball gespielt. Irgendeiner, Mann! Bigi Biguless, zweiter Schuss! Der muss rinden, der muss! Bravo! Aber nur manchmal! Alles klar, ich bin raus! Und hat... Auf jeden Fall, auch wenn man getroffen hat, man hat doch eine Chance am Drauflegen, das heisst, wenn er trifft, hab ich noch eine Chance! Ja! Die Böse ist fucking! Die haben wir noch, Alter! Geh, Mann! Jetzt ist es aus, dann ist alles, Scheiss! Eww, mauscheide, jö! Er war drin, er war drin! Er war drin, er war drin! Er war drin, er war drin! Eine Ewigkeit später! Er ist drin! Raja, du hast noch einen Schuss rein! Ich habe noch... Einen Schuss habe ich noch! Aber du hast als Erster geschossen! Egal, ich habe gesagt, der andere darf nachsitzen! Ist egal! Einen Schuss, meine Freunde, einen Schuss! Der wird nicht zu rein! Bruder, wir haben nicht zu versperren! Ich werde reingedogen! Dann kriege ich vorne rein! Weisst du, ich bin so fairer Sport, ich habe geschaut, du darfst nicht rein! Du darfst nicht rein! Damit du eine bessere Chance hast! Killer! Scheiße, wie soll ich das machen? Nein! Ja! Warte, sieh! Was sagst du zu einer Niederlage? Es ist einfach nur Pech! Ich habe so oft diese Scheißkante getroffen! Hier seht ihr den Verlierer! Und jetzt sage ich euch! Die Bestrafung! Schatz! Eier am Kopf! Alle drei! Weil ich beide Challenges gewonnen habe! Ja! Einen Plus habe es dir! Digi! Wissen wir noch was sagen! Es ist eigentlich gespielt! Aber wie soll ich das machen, Bruder? Einfach draufklatschen! Einfach draufklatschen! Einfach draufklatschen! Einfach draufklatschen! Hörner! 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 Du stehst, wie es geboren! Ich hoffe, euch hätte das übergefallen. Lasst ein Abo da! Lasst den Lektar! Wääh, Mann! Auf jeden Fall! Ich bin einfach nur rasch, meine Freunde. Schaut nicht bei ihm vorbei. Deinst leicht zu seinen Videos, diese Missgeburt. Deabonniert sie mal, Alter. Wie hast du das noch? Und tschüss!